Herzlich willkommen Leute, heute eine Live Reaktion zu diesem Video, was ihr hier seht und zwar ist das Video Selbstversuch 2 Wochen vegan leben, wie ist das? Die Plus Reportage, es hat viel Aufmerksamkeit gekriegt das Video, deswegen dachte ich mir ja gut, gucke ich es mir an und mache eine Reaction da drauf und erzähle euch, was ich über dieses Video denke. Als allererstes natürlich kann ich euch empfehlen, das Video hier jetzt anzuhalten und erstmal das Video zu gucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ansonsten wisst ihr gar nicht wovon ich rede, deswegen guckt euch unbedingt erstmal dieses Video an, ich werde es euch natürlich unten verlinken, also jetzt anhalten und erstmal angucken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, aber wie man sieht haben das schon einige Leute gesehen. Also meine Meinung zu diesem Video ist wieder, das ist wie die anderen Videos, eigentlich wie diese immer, diese Vegan-Test-Videos, das ist eigentlich, läuft immer gleich ab, da wird einfach Panik gemacht, ja wenn man das so sagen kann, das war wieder ein Paradebeispiel dafür und zwar, also insgesamt kann man sagen, die Doku ist durchschnittlich, sage ich mal so, oder dieser Bericht, der ist durchschnittlich würde ich sagen, ist jetzt nicht super schlecht, ist aber auch nicht super gut natürlich und es ist einfach nur Panikmache, wenn man so sagen kann, also es fängt schon mal nicht gut an, ich hatte während diesem Video das Gefühl, dass die sich so ein bisschen lustig machen, irgendwie hatte ich so ein Gefühl, als wäre da irgendwie Sarkasmus hinter seinen Aussagen, ist einfach so ein Gefühl bei mir und zwar waren da auch so bestimmte Situationen, der saß dann irgendwann am Tisch, also der ernährt sich vegan, ja, für zwei Wochen und da saß er so mit Nicht-Veganern am Tisch und dann hat er gegessen und gesagt, oh das schmeckt mir und dann wusste man nicht, meinte er das jetzt ernst oder nicht, ne, weil er hat so ein bisschen komisch geguckt und die anderen haben ihn auch so komisch angeguckt und dann ist der eine aufgestanden und hat gesagt, oh ja, ich gehe mir jetzt mein Milcheis holen und alle haben gelacht und so, also was da dann lustig sein soll, also die ist tatsächlich dann gegangen und ja, was da dann lustig sein soll, ist einfach nur, das ist wieder so, ne, frag die Frau mal, was macht die, das Milcheis in deinem Körper, weißt du nicht, ja, aber Hauptsache Essen, ne, ist völlig egal, was es im Körper macht und ich könnte ihr sagen, was es im Körper macht und zwar den Krebs Nummer 1 bei der Frau, Brustkrebs, kriegt man von Milch und Milchprodukten, ja, man kriegt Brustkrebs davon, dass man exogene Hormone zu sich nimmt, ja, die Hormone von einem Tier nimmt man zu sich und zwar die natürlichen, nicht die künstlichen, die in ein Tier reingetan werden, sondern die natürlichen, zum Beispiel Östrogene und dann kriegt man den Nummer 1 Krebs, den die Frau kriegt und das ist Brustkrebs, ne, aber darüber lacht man halt, ne, weil da ist ein Veganer und dann sagt man, oh ja und dann trinkt man am besten einen Liter Milch vor ihm als Frau, ja, als Frau Milchprodukte essen, ne, das ist, ja, ganz, ganz intelligent und auf jeden Fall hatte ich da so ein komisches Gefühl irgendwie schon am Anfang, ne, so, ist das irgendwie Satire oder, ich verstehe nicht, wurde dann aber besser zum Glück gegen Ende hin, hat sich das dann so ein bisschen gefangen und ich hatte doch das Gefühl, der meint das doch irgendwie ernst und auf jeden Fall gehen wir einfach mal weiter. Ja, also die Doku fängt auch so an, dass Panik gemacht wird, ja, da wird nämlich jetzt hingegangen und gesagt, okay, du willst jetzt vegan ernähren und jetzt musst du alles ändern. Jetzt, jetzt ändert sich komplett alles, nicht nur das Essen, du darfst auch nicht mehr deine Zahnpasta benutzen und dein Haargel und diese ganzen Sachen, diese ganzen Kosmetik, auch keine vegane Kleidung, also musst du ja so gesagt seine ganze Kleidung wegschmeißen und vielleicht noch andere Sachen, ja, dann kann man immer weitergehen und sagen, okay, jetzt auch die Bettwäsche nicht, ich kann mein ganzes Bett wegschmeißen mit der Bettwäsche und was mit meinen Möbel, ja, ist der Schrank vielleicht poliert mit Bienenwachs oder sowas und ist das vielleicht auch nicht vegan, also kann ich meinen ganzen Möbel wegschmeißen oder verstehst du, man kann da einfach immer weiter ins Detail gehen und immer weiter herausfinden, dass irgendwelche Sachen nicht vegan sind und irgend solche Panik machen und das ist absolut fatal falsch, finde ich, vor allem sowas in so einem Vortrag zu zeigen, das ist einfach nur Panikmache. Ganz genau diese Panikmache ist dann der Grund, warum Menschen nicht vegan werden möchten, ja, du guckst so eine Doku und dann stellst du fest, oh, man muss diese ganzen Sachen ändern und das geht einfach nicht, ja, dann müsste ich ja alles neu kaufen zum Beispiel und dann sagt man sich, ja, okay, ich habe nicht mal das Geld dafür, deswegen kann ich so und so nicht vegan werden, versteht ihr, halt diese Sache und darauf wurde einfach in der Doku rumgeritten, dann ging es weiter, was kann man frühstücken, er hatte keine Ideen, also was geht man hin, man isst zum Beispiel ein veganes Käsebrot, ja, man kauft sich ein Brot und dann kauft man, muss man extra veganes Brot suchen und dann, was tut man da drauf, keine Ahnung, Käse esse ich ja immer, also so kaufe ich jetzt irgendwie vegan Käse oder sowas, ja, man würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie eine Banane zu essen, ja, schon mal Obst gegessen oder sowas, ja, zwei Bananen, zwei Äpfel und in der Hand Walnüsse oder sowas, ja, das ist ganz simpel, die ganz einfachen Sachen, warum muss man da irgendwie so sich den Kopf zerbrechen und sich irgendwelche Sachen ausdenken, so mega kompliziert und das alles so schwer und dann geht es weiter, hat er auf einmal festgestellt, sein Waschpulver ist nicht vegan, alles muss gegoogelt werden und ist alles so kompliziert, man muss auf alles achten, oh, ist das vegan, oh, ist dies vegan und einfach mal, meiner Meinung nach, einfach nur Panik mache und dann wusste er nicht, was er essen soll, da sind halt so Ausschnitte von Tag zu Tag und dann hat er sich da so ein Fertig-Eintopf, ja, gekauft, so ein Fertig-Essen halt, so ein veganes und dann die nächste Szene war dann, der war auf der Arbeit oder auf irgendeinem Meeting, was auch immer und da war halt ein Buffet und alle essen ganz fröhlich von diesem Buffet und er kann nichts essen, da waren so Wurstbrote, ja, alle essen Wurstbrote und er kann nichts essen, oh, du kannst diese toten Tiere nicht essen, ja, anstatt mit dieser Mentalität hinzugehen, oh, ich kann diese ganzen leckeren Sachen, das sieht so alles so toll aus, diese ganzen Wurst-Sandwiches, ja, kann ich nicht essen, anstatt so dran zu gehen, muss man anders dran gehen und zwar mit Selbstbewusstsein und sich sagen, natürlich esse ich das nicht, das verursacht Tierleid, verstehst du, das ist reines Gift, das ist ganz genau der Grund, warum alle fett sind und das ist ganz genau der Grund, warum alle krank sind und deswegen Glückseligkeit esse ich nichts davon, okay, mit so einer Mentalität muss man dran gehen, aber das wird natürlich so rübergebracht, als wäre es, oh, jetzt kannst du auch überlegen, wenn du vegan werden willst, du kannst auch auf der Arbeit nichts mehr essen, auf keinen Buffets, auf keinen Partys und verstehst du, auf keinen Meetings und im Urlaub nicht, du kannst nichts mehr essen, bedenk das, bedenk das und so, ne, wie da alles ist, nur Panikmache, also das wirklich, das war einfach nur von Panikmache zu Panikmache ist das geswitcht und, aber wie ich gesagt habe, am Ende wurde es dann besser, er sagte dann so, am Ende, vegan ist gar nicht so schwierig, wie er dachte, er vermisst kein Fleisch, sagte der, dann hat man auch so Sportler interviewt da und die Sportler haben durch vegane Ernährung abgenommen oder ihre Schmerzen, Knieschmerzen zum Beispiel sind verschwunden und er stellte dann am Ende fest, ja, es sollte auf allen veganen Produkten draufstehen, dass sie vegan sind, dann muss man nicht so suchen, verstehst du bei Google, alles nachgoogeln, ist das vegan oder nicht, am besten alles draufschreiben, das fand ich gut, dass er das gesagt hat, ja, war der absolut dafür, da ging es um Haarspray oder was und das vegane Leben hat ihm gefallen, schlussendlich und er sagt, er wird in Zukunft auch wahrscheinlich was ändern, weil man muss dieses ganze Tierheit und alles nicht verursachen, vielleicht ist es ja doch besser für den Menschen auch, es geht ja nicht immer nur um Tiere, es geht auch um den Menschen und um den Planeten und das war dann so das Video und ja, durchwachsenes Video würde ich sagen, am Ende haben die wieder ein bisschen was gut gemacht, ja, aber wieder so eine Panik-Doku und wieder die Sachen mit dem Essen natürlich, ja, man wird Veganer und es fällt einem keine einzige Mahlzeit ein, die man essen kann, man kann auf einmal nichts mehr essen, daher hört ihr auch immer, was essen Veganer, wenn man vegan wird, da gibt es doch nur Gras, man kann doch nichts mehr essen, verstehst du, ganz genau zum Frühstück, was esse ich denn, jetzt muss ich mir vegane Ersatzprodukte suchen, nee, musst du nicht, versuch's mal mit einer Banane, einer Orangen, Apfel, Mango, irgendwas, mach dir Haferflocken schon mal, von Haferflocken hast du gehört, verstehst du, und dass man da nicht drauf kommt, dass da einem nichts einfällt und das ist einfach, diese ganze Panikmache, das ist einfach, das hält einfach Menschen davon ab, vegan zu werden, ich sag so, es gibt nur eine einzige Regel für dich, wenn du dich vegan ernährst und zwar, dass du hingehst und sagst, eine einzige Regel, dass du hingehst und sagst, ich esse keine Tierprodukte, das ist die einzige Regel, die du hast und diese ganzen anderen Sachen, Haarspray, Kleidung, bla bla bla, diese ganzen Sachen, du musst eigentlich aktiv hingehen und sagen, oh, ich kaufe mir jetzt eine Lederjacke, ist ganz klar, dass du das dann vielleicht nicht machen solltest, aber alles, was du schon hast, was du schon besitzt, der Schaden ist schon gemacht, verstehst du, und du brauchst dir da erstmal keine Filme zu schieben und keine Sorgen zu machen, werd erstmal vegan und behalte die erste Grundregel im Kopf, keine Tierprodukte, okay, und danach, wenn du Zeit hast und wenn du weitergehen möchtest, dann gehst du hin und sagst du, okay, ich gucke, dass ich jetzt nicht unbedingt Sachen mit Leder kaufe und so, und dann kannst du irgendwann hingehen, vielleicht, okay, ich habe ein veganes Shampoo gesehen und mein Shampoo ist nicht vegan, ja, dann machst du solche Sachen, das ist nicht das Shampoo, das die Erde ruiniert, es ist nicht das Shampoo oder, was war da noch, die Bettwäsche oder deine Kleidung, das den Planeten ruiniert, das die Tiere ruiniert und das deine Gesundheit ruiniert, das ist nicht das Problem, das Problem ist die Ernährung, okay, und nicht direkt von Anfang an, so anfangen, wie es in der Doku gezeigt wird, ja, ich muss alles, alles muss direkt vegan sein, ich muss direkt der perfekte, 100% perfekte Veganer sein, ich darf keine vegane Kleidung, keine veganen Möbel, keine vegane Bettwäsche und keine vegane Zahnpaste und verstehst du, alles so kompliziert, so verkomplizieren, so wird niemand vegan, niemand tut so etwas und das ist extrem abschreckend für die Menschen, okay, behalte nur eine Regel im Kopf, wenn du vegan wirst und zwar keine Tierprodukte essen, ja, das heißt nicht kein Fleisch, sondern keine Tierprodukte, auch keine Milch, kein Joghurt und so und das ist nicht so schwer, man muss einfach mal seinen Verstand benutzen und zum Beispiel ein paar Videos von mir gucken, ja, was essen Veganer, ich habe meine Liste gezeigt mit hunderten von Nahrungsmitteln, vollständige Nahrung, so wie sie draußen wächst, okay, und das geht halt über Reis, Nudeln, verstehst du, solche Sachen, Haferflocken, Amaranth, Quinoa, Hirse, Buchweizen, diese ganzen Sachen, die ganz normale Standardnahrung, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, diese ganzen Sachen kann man doch essen, Bohnen, Linsen, Erbsen, hast du sowas schon mal gegessen, Mais, Reis, sowas alles, okay, anstatt hinzugehen und sagen, hm, oh, jetzt muss ich immer hier diese zusammengepresste Chemie-Pampe essen zum Frühstück, was man veganen Käse nennt, nee, das ist keine Nahrung, das musst du auch nicht essen, das sollst du auch nicht essen, okay, du sollst echte Nahrung essen, von daher, ja, bemängle ich das natürlich, ich habe das, ihr kennt ja meine Reaktion, ich werde euch hier auch meine Playlist verlinken mit allen meinen Reaktionen, das ist eigentlich immer dasselbe, ja, es ist jede Dokumente, wo es dasselbe, die wissen nie, was sie essen sollen, extrem abschreckend, einfach nur, okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, das war meine Reaktion auf dieses Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und guckt noch eine weitere Reaktion von mir, peace.